Ich bin Camilla, ich bin 26 und komme aus Heidelberg. Ich habe mich bei C-Star beworben, um vor dem Studium noch ein bisschen was zu erleben und ich denke, dass ich das C-Star-Girl bin, weil ich spontan abenteuerlustig bin und eigentlich für alles zu haben. Der Tag heute hat mir ziemlich gut gefallen, auch wenn er ziemlich lang war und auch noch nicht zu Ende ist, aber allein wegen der Taucherfahrung hat es sich auf jeden Fall schon gedreht. Untertitelung des ZDF, 2020